ja also würde ich bin so wieder jb und ja was ist heute heute ist montag das heißt für die leute die sich die ultimate edition von fifa 13 vorbestellt haben willkommen heute ein kostenloses pack ein pack im wert von 5000 coins ist das gold pack hier mit einem seltenen spieler also zwei objekte ein seltenes und zwölf oder elf objekte sind halt nicht so selten sieht man es öfteren so ich bin gerade in hause gekommen habe das gesehen aber gedacht okay hier leuchtet was hatte hier so ein ding free pack und so und dann einfach mal geöffnet und was habe ich gezogen man mag es ja kaum glauben ein seltenes objekt nicht auf etwas gutes gezogen ja gucken wir mal nach und es ist loris von tortenham der besttöter aus der englischen premier league mit 86 ja ich habe ein premier league team habe zwar schon peter tschech aber den hier wollte ich mir eigentlich mal holen aber ich bin jetzt überlegen ob ich den ich verkaufe für den bestimmt irgendwie in 60 70 80 tausend vielleicht auch ein bisschen mehr als zumindest der letzten immer hunderttausend kostet aber ich glaube der ist vom preis hin runter gegangen und ich werde irgendwie verkaufen für 60 70 80 tausend keine anderen je nachdem wie viel ich dafür bekomme und irgendwann mal wenn der vom preis runter gegangen ist werde ich mir einfach neu kaufen und werde somit ja ein bisschen gewinn machen oder vielleicht großen gewinnen keine ahnung und ja aber auch immer richtig geiles pack habe nur drei verträge gezogen 4 321 formation damit kann man auch noch mal 1500 coins machen wappen fitness karte auf jeden fall richtig richtig geiles pack und ja freut mich auf jeden fall dass ich auch mal ein bisschen glück hatte dass ich mal etwas gutes ziel und ihr könnt meine kommentare schreiben was ihr heute gezogen hat würde mich interessieren und ich würde sagen wir hören uns bis zum nächsten mal servus